Meine Lieben, weiter geht es. Wir hatten ja eben noch angeschafft gehabt, bei, ähm, okay, komm, machen wir mal ganz kurz diesen. Äh, ein schmutziges Hohen. Wir hatten ja eben angeschafft bei, ähm, ja, ach ja, bei Deadwood, stimmt. Ja, hatte ich jetzt ausgezahlt, hatte ich den Rest jetzt hier noch gehabt, hab ich gesagt, aber damit will ich unbedingt das Spiel hier spielen, weil das hat auch Potenzial ohne Ende. Komm, nehmen wir mit, was soll der Quatsch? Kommst ja eh nie hoch da. Ähm, ja, weil das halt Potenzial ohne Ende hat. Was sieht denn hier aus, Mann? Okay. Komm, jalla, Risiko. Ach, Mann, nehme ich den schon wieder und der geht schon wieder am Arsch. 160 Euro, ach, äh. Ja, Mann, lass mal gucken, ob hier was geht, äh. Also 1500 habe ich eben ausbezahlt, ja, und jetzt hier und da, da und hier nochmal gespielt. Gucken wir jetzt mal. Na, das Spiel hier ist mir auch noch ein bisschen was schuldig, deswegen wollte ich das nochmal angasen. Boah, so ein verdammt schwieriges Spiel hier, ey. Boah, aber halt auch Potenzial bis zur Kimme, ey, das ist crazy, das Spiel. Aber bis du hier teilweise reinkommst und dann diese komischen, hier diese Tore, da kriegst. Ganz schwieriges Ding. So, 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 so. So, so, so. Oh, ey, was ist das windig hier, die Sau, ey, das ist ja nicht mehr normal, ey, wie viele Soll das denn noch so sein, ey, das ist ja total nervig, Mann. Dreckiges Nebuli hier. Der schimmelt doch sowieso wieder ab. Einmal geht, zweitemal scheißt er wieder rein hier. Ich drück da jetzt auch kein Risiko mehr. Vielleicht nur, wenn man nur noch eine Stufe oder zwei braucht, aber von unten da bis nach oben zu klettern, ich hab das noch nie geschafft, bis in die Freispiele. Ah, schnitzige Sau. Komm, jetzt die Helme. Oh, hey, 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 das muss dick sein, oder? Ja, korrekt. 980 Piepen. Mach dich weg, du Bananenkopf, bist du sicher? So einen Quatsch fragen die dann noch, weißt du, ey. Krass, kommt echt der Helm rein, Mann. Boah, wenn du das als Vollbild kriegst, ey, dann rappelt das hier aber auch vom Allergemeinsten. Ja, was soll ich sagen, Leute, ihr denkt wahrscheinlich so, ey, das kann doch nicht sein, man kriegt ja mal für Sachen oder sonst irgendwas. Ja, was soll ich sagen? Glück. Einfach Glück. Ach, komm. Ich hab ja gesagt, ich drück nicht mehr, habt ihr ja gesehen. Ich bin abgerutscht, deswegen so passiert. Das ist doch nicht normal, ey, ich krieg irgendwie immer eine Flasche, ey. 1000 Euro ist ja auch nicht wenig, ne? Hammer, ey. Tja. Es will grad nichts, ey. Ich sag noch, komm, Helm. Ich messe den Helm ja noch rein, ey. Komm, mach dich weg, ich nehme sogar 20 Euro mit, weil mir im Sack ist hier noch ein dreckiges Risiko. Und... Tja. Physik? Musik 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 Wir haben mal so überlegt, ne, das ist ja auch manchmal teilweise echt auch langweilig gespielt, so ne, warte, 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 da passiert ja fast überhaupt nichts. Wenn ich ab und zu mal diese drei Tore Minimum bekommen würde, so, dass der irgendein Symbol da rausdreht, also Chancen auf Freispiele, das braucht manchmal auch 1.300 Jahre. Oh Gott ey, hier penne ich ja ein bei dem Spiel, wa? Ja, was meint ihr, warum ich die ganze Zeit Autostart anmache, weil ich gar keinen Bock hab, die ganze Zeit zu drücken, ey, weil ich weiß, dass das so lange dauern kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Boah, komm ey, mach wenigstens jede 100 Drehs, wenigstens mal eine Chance, ey. Kann doch nicht sein, ey, dass der hier, was weiß ich, wie viel Dreher braucht der, mal zwei Skatter zu zeigen, Mann. Kommt, verarsch dich selber, jung. Zwei Mal kriegst du ja gar nicht gedrückt, ey. Dann spielst du vielleicht mit 10 Cent oder was. Soll ich jetzt mal eine Kippe anmachen? Naja, damit sie nicht einfällt, ohne Scherz, Mann. Na ja, damit sie nicht einfällt, ohne Scherz, Mann. Soll ich jetzt mal eine Kippe anmachen? Ja, aber ja, klar, ey. Drecksfreier. Wow, ja, klar, ey. Drecksfreier. Wo? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wieder? Ja, aber das ist doch nicht voll jetzt da oben, oder? Doch, oder? Vielleicht einmal, oder so? Guckt euch das an, Leute, zweimal! Ey, ich hab das Ding noch nie bekommen, ey! Jetzt kriegst du das zweimal! In einer Ausspielung! Ist doch ein Witz, oder? In einer Ausspielung! Ich meinte jetzt hier, in diesen Ton da... Ey, zweimal, ey! Zu krass, ey! Echt, da fehlen mir echt die Worte, ey! Das glaubt ihr keine Sau! Wenn ich mir das Video nicht, äh, sich anguckt und das sieht, ähm... Der denkt echt, man will den veräppeln! Soll ich den freispielen? Gut, wenn du dann mal fünf Dinger da hast, oder was? Ey, dass der das dann vielleicht mal zweimal hier diese grünen... Äh, Weiber da reinschmeißt, ja, okay! Nein, schon oft genug gesehen, aber... Ich dachte, hier, irgendwann den Helm gibt, krass! Hm, ah! Meine Güte, ey! Guck mal, ich weiß gar nicht, warum ich mir das wieder antun! 80... ...auf 160... Der foult jedes Mal ab! Aber ich bin ja auch wieder so ein Trottel, ich kann das auch nicht sein lassen, Mann! Jetzt kommt bestimmt was Kleines, oder? Na, gut! Neh mich 80 Euro an, interessiert mich nicht! Du hast ja auch Dreck vorgehabt, noch einmal Verdoppeln annehmen! Du kommst selber verarschen, der Affe! Komm! 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 Du hast doch Bock, Mann! Du hast doch Bock, Mann! Ja! Sauber! So, und wir bringen die fünf Dreckstore da! Jetzt kriegen wir kein einziges, wa? Oder wenn es zu spät ist... Das war asozial, sorry wenn ich dazu sagen muss Leute, aber das ist assi, aber das war normal, also ich konnte mir das schon denken, weil jetzt halt so ein Bass im normalen Spiel zweimal 1000 Euro quasi gegeben hat, aber wisst ihr was, dann habe ich da ja keinen Bock mehr drauf, spiele ich jetzt bis 2000 runter und sah los, dann mache ich halt mein Ding. Oder ich mache das anders, 1500 haben wir schon draußen, nochmal noch ein 1000 raus, immer noch 1000 zum weiterspielen für irgendetwas anderes, genau, mal zweieinhalb raus dann. So, jetzt kommt der Pfarrer hoch. Okay. 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 Ja, ich bin vollkommen zufrieden, sagen wir mal so, ne? Balance wieder mal verdoppelt. Zwei super Bilder drin gehabt. Ist mega selten, ne? So, zack. So, meine Lieben, dann verabschiede ich mich hier. Danke für euer Zuschauen hier. Ich bin raus, euer Manni, haut rein.